So, da habe ich doch gerade so einen kleinen süßen Sniper gesehen. Gucken wir mal. Da oben, da oben, Berg, ist er. So, gucken wir mal, ob er da irgendwie hochkommt. Hopps. Ja, da war irgendwie gerade die Verbindung weg. Ja, ein bisschen abschüssig hier. Aber um acht, ne, wix. Wir wollten die Batterien da unten, da auf einem Minimap. Da sieht man sich schon, die kleinen Bastarde. Wir sind nämlich gerade da Flugzeug abgesprungen. Gucken wir mal, ob ich hier so hochkomme. Ja, ein bisschen beschwerlich gerade. Komm. Ach, komm, ey. Scheiße, hier rum. Jetzt gleich mal ein bisschen langsamer werden. Oh, da sind sie. Da sind sie ja, die süßen. Ja, hallo. Ja, da seid ihr ja. Ja, da seid ihr ja. Hoffentlich kriegt er mich nicht mit. So, jetzt gucken wir mal. Oh, oh, der läuft herum. Scheiße, jetzt. Scheiße, sieht er mich? Nein, nein, nein. Komm, komm, komm. All die Küse stellen. So, du kriegst jetzt erstmal ein Messer in den Rücken. Oh, zack. Hallo. Ja, hallo, mein süßer. So, tschüss. So, und jetzt den anderen Arsch. Komm, 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 komm. Du kriegst auch einen. Du kriegst auch einen. Ja, ich liebe es, Alter. So, geil. Das ist schon berechenbar. So, den machen wir auch kaputt, damit die hier nicht wieder hinkommen. Ja. So, können wir mal hin. Okay. Was machst du denn da? Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen. So schön. So schön. So schön.